Erste nur 10. oder im Angebot? Wenn überhaupt. So, da bin ich wieder. Bin wieder da. Okay. Ist auch eine Phase, sich setzen. Und dann? Ich fahre, wenn er rauskommt. Hast du deinen Schlüssel stecken lassen? Ja, hat er? Na, danke auch heute. Ja, bitte schön. Ja, du musst da rüber rutschen. Kann ich nicht. Warum nicht? Ich bin voll. Dann warten wir auf unseren Chauffeur, oder? Was? Nur ohne Partner mich da. Ja, 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 ja. Also, was da manchmal für Texte so im Side-Chat stehen. Ja, das ist so. Ich bin voll. Wauw. Null zuschauer. Wahnsinn. äh das ist verkehrt darum die polizei wir werden entführt er kann sich er kann sich jetzt mit dem schönen audi mit audi die maschine trösten es ist abgeschlossen ich muss kurz mal austreten also ich bin das ist mein auto hier als einmal über kacken und der kollege saß die ganze tonne die weg gefahren hat mein auto geschissen aber wir müssen uns mal so ganz lustige masken da drinnen kaufen was für masken das ganz lustige masken warte mal bleib mal bleib mal hier was es warum ich habe zu viele von karte gehabt jetzt aber erstmal hier meine mütze in den rucksack packen hier sieht man nix hocken auf aufbeleckung ich fahre jetzt mal nach legsfade ich gehe jetzt erstmal praktikum bei der polizei machen ach du scheiße das kann doch nichts geben oh das wird es ist gut die mütze ganz balken der alb am praktikum bei der polizei machen sagen sie an den praktikanten packer der sieht ja aus wie sie hier schon weg hat das sicher hier richtig ich habe uns ja null für die ich habe keine ahnung reise ist ja eh du kannst es nur im rucksack machen wenn du das irgendwie ins auto machst dann ist es ja eh weg das ist ja das problem und und Toll, die teilweise sind, ne? Ja. Das ist doch cool. Loll. Ja, cool. Äh, aber Pilotenhelm kann man da scheinbar keinen kaufen, ne? Was kann man nicht kaufen? Pilotenhelm. Ne, Pilotenhelm gibt's, äh, glaub ich an der Go-Kart-Strecke. Wie, was sagst du denn du zu der? Ja. Und das passt genau zu dir mein Freund. Ja, zu dir auch. Das muss man ja mal Motorrad kaufen, ne? Einen Chopper, mit dem du nicht über Brücken fahren kannst. Ducati. Ja, ich weiß nicht, kennst du das Fahrverhalten von dem Teil? Ne. Eben. So, ich bin fällig, wir können nicht. Ja. 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 Ich hab' euch als nächstes Mal für deine Verhandlung. Wie das aussieht, mit dem Hut? Boiler euch jetzt ausgeholt, oder was? Ich hab' nur ein neues Käppchen geholt, mehr nicht, nix aufregendes. Hin- und Ausraum für die Warsen. Äh, ohne Waffe? Oh! Ich glaub' da brennt's irgendwo. Ja. Müsst du dann mal quasi hinterher fahren? Ja. Ich mach' kurz kracken. Viel Spaß. Ja, wir fahren dann schon mal. Ja. 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 Ach, da hinten brennt. Und da? Ich glaub' nicht. Eher am Boden, irgendwo. Was hat er geklaut haben? Was? Ich weiß nicht. Es war angegeben, dass der Herr Worst das war. Er war unschuldig. Was wollen wir jetzt machen? Tja, gute Frage, nächste Frage. Wow, die ist jüngst. Oh, hollte die Waldschwebe. Ich muss was sagen, die weiß ich nicht, ich kann doch was anderes machen. Ja, schon wieder die, ich weiß nicht. Wir haben ein Praktikum bei der Polizei fragen. Ja, mach mal. Machen. Oh, komm, wir fahren ein, wir fragen einfach mal nach. Wollt ihr das wirklich? Ich, oder was? Nur im Praktikum. Okay. Solange man nicht erschossen wird. Gut, dann können wir auch eine Knarre. Das Ganze ganz, äh, und das Ganze illegal. Obf ich, ich war so K.O. gestern Abend, ne? Mein Körper hat sich den Schlaf erstmal nachgeholt. Nur die Hälfte jetzt verstanden, war abgehackt. Ich sagte, mein Körper hat sich jetzt den Schlaf nachgeholt, letzte Nacht. Wir können doch beim FBI. Also, da halten wir nicht an. Praktikum im FBI, oder was? Na ja, klar. Wir können beim FBI fragen. Was ist ja hier? E oder ne? Was ist das zu bringen? Wenn sie dich ablehnen, muss sie, äh, zu den Cups fahren. Bestätigt es gerade nur ganz, äh, leisern? Alter! Oder wir machen alle drei ein Praktikum beim Elfer. Da was los? Ja, es sind ein paar online, also. Also ein paar im Staat, sorry, nicht online. Was ist online? Da kommst du bestimmt schon geil an, ein paar Leute abknallt. Das kann keiner was uns sagen, das hört man ja irgendwie mal ab. Schick uns eh wieder weg. Ähm, bist du ganz sicher? Ja. Ist nicht gerade der Aufnahmestopp bei den Cups? Weiß nicht, glaube ich auch, irgendwas stand drin. Was kann man denn sonst noch machen, hier außer irgendwas farmen oder COP oder RFA? Ja. Er hat. Äh, hallo? Test? Hallo? Ja. Ja, das war's, was wir letzten Mal. Das war's, was wir letzten Mal.